Ich glaub hier vorne machen wir einfach den hier nochmal. Oh, leck. Leck ist nicht mehr flüssig. Oh fuck. Guck mal, da unten hätten wir schon ein schönes Haus. Mit Glas. Bist du das zu... Bist du peinlich? Ich wollte dich mal ein bisschen verarschen. Ich hab grad gedacht, hä? Hä, wo ist das Eingang? Bin ich blöd? Guck mal, in der Holztür haben wir ja schon eine skandalöse. So. Können wir hier drin jetzt erstmal unsere Kisten unterbringen. Ich hab ja noch zwei Kisten. Und unsere Betten kommen hier erstmal rein. Das sieht aber scheiße aus. Komm. Die Tür musst du von außen dran machen. So sieht's viel besser aus. Ja. Ah, ja, ja. Hier, dafür schickst du da an der Ecke, ey. Okay. Guck mal, dann gibt's hier noch so'n geilen Ding, wo gleich noch so'ne Fackel draufkommt. Hast du ganz fucking gepolt? Nö, ich weiß gar nicht. Hatten wir irgendwann mal Fackel. Ich hab da zwei. Aus der Kiste, Freund. Nö, ich hab keine fucking gepolt. In irgendeiner Kiste müssen das nicht sein. Weißt du überhaupt wo? Wo ist denn die Axt? Hatten wir hier nicht sonst noch irgendwo ne Kiste? Ja. Hier, da. Die kann weg. So. Skandal. Skandal um wen auch immer. So ist es mir fast mein ganzes Inventar voll. Geht das eigentlich, wenn ich das so mache? Sieht auch noch stylisch aus. Voll stylisch und so. Das hätt ich vielleicht nicht machen sollen, obwohl mein ganzes Inventar ist nicht voll. Ich glaub, wir müssen dann gleich mal die Kisten irgendwie sortieren. Irgendwie mal. So, erstmal alles ranklatschen, das ist immer gut. Okay, die Kiste ist voll, dann kommt der Rest einfach hier rein, so. Und damit es gut aussieht, muss da noch eine Doppel hin. Ja, genau. Und dann, ähm, warten wir jetzt bis hier irgendwie was wächst. Ähm, irgendwie muss das hier noch verändert werden irgendwann mal. Ey, guck mal, da oben, da gibt's, äh, Ohre. Das, ich glaub, da siehst du grad sogar ein Diamant. Oh, warte mal. Bei diesen Kasten, der da oben rumfliegt. Ein Diamant ist da sogar, den ich so sehe. Dann ist da noch Eisen, Kohle, Laub, Satsuni, glaub ich. Äh, noch irgendwas Rotes, weiß ich nicht, wird's doch wahrscheinlich. Gold. Ich bin mal ganz kurz, äh, Afka. Ja. Tu das, getuten tun. Sein. Ähm, das sieht ja scheiße aus, wenn ihr in die Luft fliegt. Achso, warte, der Pantel ist. Ähm, hat keiner gesehen. So. Okay, so, Entschuldigung für, äh, Patricks Zuschauer jetzt. Äh, die Kiste schmeiß ich da rein. Ich hab ne Idee. Ich, äh, mach bei unseren Betten jetzt einfach mal Schilder hin. Äh, die Kiste hat grad nicht reagiert. Äh, die Kiste hat grad nicht reagiert. Äh, äh. So, jetzt seht ihr alle Sachen da drin. Ich mach mal ein paar Facken. Da ist die. Kohle ist da auch gleich drüber. Passt perfekt. 6,6. Also. Hey, hey, ups. Ich hoffe, mein Handy hält jetzt das Maul. Ich werd grad bei Facebook angeschrieben. Eigentlich bin ich offline. Aber der Spacken schreibt mich trotzdem einfach mal an. So. Melon! Gut, eigentlich wüsst du jetzt schla... Den Endermal guck ich nicht an. Äh, schlafen. So. Da ist jetzt ja noch ein Facken. Hahaha. Guck, guck. Ähm. Ach genau, hier und die können wir ja mal mitnehmen. Da ist ja auch noch Kohle drin. Und den da. Gut. Nehme ich alles in den Mund da rein. So, so. Wunderschön. Oder auch nicht. Ähm. So. Hä? Ah. 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 So, da bin ich wieder. Ja, äh, hast du Aufnahme auch kurz gestoppt? Ach so. Justin? Hast du Aufnahme auch kurz gestoppt? Nein, ich hab die ganze Zeit weitergemacht. Ach so, ja, ähm, ich hab kurz gestoppt, weil das halt länger war, da hat jemand angerufen. Ja, ich hab grad nochmal gehustet. Ja, dann, äh, sag ich jetzt, warte, dann fangen wir nochmal an. So, ähm, da geht meine Aufnahme auch weiter. Ich hab die gerade eben einmal ganz schnell gestoppt, damit ihr nicht so viel... So, Justin, damit ihr nicht so viel seht, wie ich einfach nur rumstehe, äh, war das ja nicht unbedingt... Jetzt. Cheetah! So. Nee, auf jeden Fall, damit ihr nicht so viel seht, wie ich hier einfach nur rumstehe. Das ist ja nicht unbedingt so interessant. Ja, ich hatte dir ja gerade eben kurz geschrieben, dass ich kurz die Aufnahme beendet hab. Hast du? Ja, im Teamspeak hab ich das geschrieben. Ach, das war das Roll. Das war, äh, lustig, ich, äh, wusste, ich hab, äh, dass das Teamspeak ist und ich hab genau gleichzeitig eine E-Mail, äh, von Facebook bekommen. Dann hast du gedacht, das wäre Facebook. Ja. Ich hab mich schon gewundert, weil ich Facebook nirgends so aufhab. Oh, fuck. Patrick, muss ich erst mal mit denen anlegen? Ja, mit allen hier. Oh, ich hab einen Bogen von denen gekriegt. Äh, lol. Äh, auf jeden Fall, ähm. Ich wollte dich auf die Brücken drauf schieben. Du bist, du bist, zumindest bin ich's weh genug, noch irgendwie auszuweichen. Alter, war das geil. Jetzt können wir erst mal schlafen gehen. Ja, ähm, es war halt so. Naja. Konnte ich leider nichts für. Ich hab grad erst mal mit meiner Mutter diskutiert. Sie so, ja, Patrick macht das Telefon an. Ich so, nee. Nee, ne, und sie so, ja, doch, das ist, lalala, ne. Und ich so, ja, okay, gut. Ich hab's trotzdem nicht angemacht. Doch, das war halt wichtig. Ist mir egal. Ja, mir eigentlich sonst auch. Ja, hö. Spann, ey. Ich hasse Leute, die mir einfach in die Schuss waren. Ich war die ganze Zeit neben dir und du bist zurückgegangen. Aua. Aua. Aus. Ja, Mann, ich dachte, du willst ein schönes Bad nehmen. Ich mach ne Arschbombe. So, ähm, ach so, du hast die Kisten schon sortiert. Hab ich gar nicht. Komm her. Wo bin ich denn da Kisten sortiert? Weiß ich nicht, das sah so aus. Ich hab in eine geguckt, da sah das so sortiert aus. Ähm, zu welcher Insel wollen wir uns denn als nächstes bauen? Zu der da unten. Welcher, wo da unten? Das Haus da. Das ist ja keine Insel, das ist eigentlich nur ein Haus. Das an dieser Insel unten dran hängt. Schlappschwanz. Schlappschwanz. Ja, das hängt da so runter. Wow, Alter. Hammer hat da vorher mehr in Bruch. Wow, Alter. Ein FPS. 2, 3, 5, 8, 7, 500, 35 ist deine Festplatte vielleicht voll. Jetzt ist er wieder auf 20. Ich guck, ob meine Festplatte voll ist. Vor allem meine Aufnahme war nämlich schon 100 GB groß. Äh, okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Hä? Hat sich da überhaupt was verändert, Alter? Hast du es vielleicht auf die falsche Festplatte gespeichert? Äh, äh. Da hat sich aber irgendwie gar nichts verändert vom Speicher her. Ich hab das immer noch in, äh, Microfilm-Sidepress-Ordner. Alter, aber ich hab grad irgendwie voll die Filme in Brüche. Aufnahme neu starten, hab ich vorhin auch gemacht. Dann ging es auch wieder. Wow. Einmal Aufnahme neu starten. Hast du einfach nur Frifts neu gestartet? Ja, viel Spaß beim Schneiden. Später. Nein. Ist leicht. Ich beende ja beides gleichzeitig. Dann muss ich, äh, das, äh, hier die Videodeteile ans Ende von der Audiodatei legen und dann passt das. Habe ich letztes Mal doch beim Battle auch gemacht. Und jetzt geht es übrigens wieder. Oder auch nicht. Okay, ihr werdet wahrscheinlich kurz kein Bild haben. Und sofort wieder anfangen. So, hier sind wir auch wieder. Nein, immer noch. Äh, we connecten? Minecraft neu starten. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt, es ist aber jetzt scheiße dann. Weil ich jetzt die Aufnahme da so habe. Ja, deswegen solltest du ja einmal kurz die Audiospube beenden. Nee, aber, äh, dann mach ich die nicht rein, Alter. Okay, das scheint jetzt zu gehen und wieder aufnehmen. Oder es liegt an Frips, dass es, äh, spinnt. Nee, hier durch den, äh, reconnecting's wieder. Ja. Jetzt geht alles wieder. Und irgendwie, Minecraft hat manchmal so Macke. Ah, ja, kennst du Java, kennst du alle, ne? Du kannst, du kannst ja Minecraft Premium holen, dann leckt das nicht mehr. Hatten wir letztens auch so, ja, Minecraft Premium, da hat man keine Legs mehr, so ungefähr. Ich weiß gar nicht, auf, wo ich das, wo wir darüber diskutiert haben, auf welchem Teamspeak. Einfach so, so aus Fun, so, ja, da gibt's so was Neues, das nennt sich Minecraft Premium, hat man keinen Legs mehr. Ja, ich bin einfach runter irgendwie. Bist du hier runter? Ach, hier bist du. Ja, super, die Hälfte ja, musst du runterspringen. Muss ich gar nicht. Oh, Justin, verweckst du? Hallo. Na, es geht nämlich so. Nö, wieso? Bist du blöd? Das hat doch ein Stimm. Du machst das völlig falsch. Du machst das völlig falsch. Ich hab keine Axt dabei. Spaß, ey. Und dann geht das so. Oh, hier ist irgendwie ne Whetstone-Spur, die machen wir mal am besten erst mal am Arsch. Hier, ich hab die... Wo bist du? Bombe. So, ich bin nochmal hier bei der Haustür, ne? Hier sind Monster-Done und ganz viele Creeper-Kopfe und Zombie-Kopfe und Skelett-Kopfe. Und Eisentür. Und ne leere Kiste. Und leere Öfen. Also, es ist irgendwie, äh, damit wir hier wohnen können. Es ist einfach nur, äh, hier ist die volle Kiste. Ja, da können wir... Hier ist der Entscharmen-Kabel. Der Änder-Chess. Abbauen. Ich weiß. Hier können wir trotzdem drin wohnen, weil hier, äh, das ist eigentlich volles Gute, das ist volles schöne Haus. Da müssen wir alles anbinden. Köpfe mal fern. Wird's denn das machen, bitte? Ja, viel Spaß. Machen. Ja, genau. Du hilfst mir. Ey, da oben ist ein Dispenser. Ein Erschaffer-Zombie, ein Erschaffer-Skelett und ein Erschaffer-Spinne. Und ein Erschaffer-Hexe. Zum Glück hast du weggemacht, mein Hexe, Alter, dann wären wir da oben gewesen. Ja, aber weißt du, warum ich gerade die, äh, die Dispenser-Monster da weggemacht habe? Hier, hier war eine Webzone-Sprung nach oben und jetzt weiß ich auch, wohin die gegangen ist. Ach, da. Ich hab die gerade noch zuvor gerade noch weggemacht, ey. Hier, ich enchante hier jetzt mal irgendwas noch. Den Bogen vielleicht. Decker eins, ja. Klappt doch. Hast du vielleicht was zu essen mitgenommen? Oh, jetzt hab ich aufgegessen. Ich hab noch einen Rotten-Fleisch. 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 So, ich bau mich mal irgendwie da hoch und geh dann einfach da. Bündel du schon mal an. Ich, äh, bündel mich um den ganzen Kopf ab. Ja, ja, mach mal einfach mal, das ist doch voll jetzt nicht der Haus, Mann. Ja, das weiß ich schon lange. Bitte nächstes Mal vor den Aufnahmen nicht so viel rauchen. Ja, die hat dich zugenebelt. Ich hab meine Freundin, ja? Da muss ich, glaub ich, auch mal mit deiner Freundin sprechen, dass sie dich nicht so dicht nebeln soll. Ich glaub, ja, da kriegst du ein bisschen Stress. Ja, 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 hier. Wieso? Wenn du versuchst, mit ihr zu reden. Mann, ich komm hier nicht hoch. Mann, sie vernebelt. Wahrscheinlich, da ist du bei ihr. Zieh dir das Haus rein. Ähm, ja, Patrick, ich sag was immer was. Ich hab vergessen, dass wir Tim mal drauf haben. Ich hab's grad gesehen. Gut, ähm, ich glaub, aus unserem Wohn-Asservat ist ja nicht so viel. Ja, Mann, das hat's grad erfolgreich geschrottet. Aber geil. Wie das geil. Justin hat grad erfolgreich das Wohn-Asservat. Alter, wie geil das war. Ich wollte dann nur hoch, um diese scheiß Dispenser da wegzukriegen. Bau einen Block ab. Wo? Und das Ganze ausbricht zusammen. Ich dachte erst, dass wir ein Shader-Button und dann seh ich das und die ganzen Blöcke runterfallen. Und so, oh, scheiße, wir haben Timber. Aber geil, wa? Oh, dafür hab ich aber noch einen Kopf gefunden, den ich hier gesehen habe. Ja, du bist doch geil, ne? Alter. So, was wollte ich jetzt machen? Ah, ich weiß nicht. Scheiße, was das kann. Justin, ey, das kann... Ey, ey, so was, das kann wirklich... Das kriegst du... Nur du kriegst so was. Bescheuert ist ja. Um ehrlich zu sein, ist das das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Okay. Den Enchantic-Therry habe ich nochmal aufgebaut, den nehme ich mit. Während ich jetzt nicht falle, hier ist... Oh. Mein Jazz hat die totale Vollschacke. Aber wirklich die totale. Das fällt dir jetzt erst auf. Das fällt dir jetzt erst auf. Hast du auf was? Hast du immer geguckt, was ich geschrieben habe? Zu mir? Nein! Ich war runtergefallen. Ich glaub, da müssen wir jetzt doch in den Charity-Therby nochmal cheaten. Bis zur nächsten Folge haben wir durch... Alter, ich bin die ganze Zeit... Ich bin überall normal langgesprungen und dann... Weißt du, wir machen das einfach so, bis in der nächsten Aufnahme ist auf einmal... Durch mysteriöse Weise... Das war ich nicht. Ja, genau. Durch mysteriöse Weise ein Dings-Therby. Ich bin dafür... Wir haben 1,16, dann können wir 15 Minuten Folgen machen und können jetzt die Aufnahme wählen. Ja, und danach... Bevor ich noch mal kaputt mache. Ich war wieder auf. Auf jeden Fall ziemlich zeitlich. Ich bin grad viel zu bekifft. Morgen am besten immer so. Ja. Ich bin auf jeden Fall viel zu bekifft. Am Abend nicht mehr so viel rauchen. Du meinst, das ist nicht wirklich... Und auch... Nein, ich bin kein Raucher. Und so, also... Ja. Ich bin einfach nur krank im Kopf. Ich möchte echt nicht wissen. Nee. Justin, ich bin gleich tot. Das frage ich lieber... Das frage ich jetzt lieber nicht. So, jetzt reicht's. Oh, du... Ich dachte, du bist gleich tot. Ja! Ich glaube, du bist gleich tot. Kann das sein? Nein! Nein! Danke! Weiß ich nicht, weil da so ein Sporn ist. Willst du was? Witzig mit mir anlegen, hä? Hä? Schlägerei? Hä? Ah, nein! Das ist schwer! Du hast nicht... Das ist schwer! Du hast nicht schwer! Na? Hallo? Bitte bleiben Sie draußen. Hä? 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 Wir sehen uns wieder zurück in der nächsten Aua, 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 Aua. Haha! Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute! Tschö Leute! Bis zum nächsten Mal.